Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier ganz herzlich in Haus 7 auf dem ehemaligen Stasi-Gelände, das wir jetzt mit vielen Ausstellungen und wie Sie heute Abend sehen, auch mit Veranstaltungen nutzen und beleben und auch ein bisschen umwidmen wollen von der Stasi- und Unterdrückungsgeschichte weg hin zu dem, wie der Bundesbeauftragte es nennt, zu dem Campus der Demokratie. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um ein Buch vorgestellt zu bekommen, das ich jetzt Ihnen hier nur nennen werde, nämlich die Monografie von Douglas Selvich und Walter Süß, Stadtsicherheit und KSZE-Prozess. Das ist eines der wichtigen Prozesse in der Geschichte der DDR, das Aufweichen, so würde ich es jetzt mal hier ganz unfachmännisch sagen, das Aufweichen des harten kommunistischen Kerns und der harten Unterdrückung eingeleitet hat, weil sich der Ostblock und damit eben auch die DDR auf einen Handel mit den westlichen Staaten eingelassen haben, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, um in den Kreis der Staaten aufgenommen zu werden und damit dann auch Zugeständnisse machen mussten, die nicht so ganz auf der Linie der kommunistischen Länder lagen. Aber dazu werden die Autoren gleich viel mehr sagen. Wir haben heute hier erstmal den Impulsvortrag von Douglas Selvich, der uns ein wenig in die Inhalte des Buches hineinführen wird und danach die Diskussion, die Jacqueline Beusen dankenswerter und erprobterweise fachmännisch leiten wird. Und sie wird, wir sind gerade so ein bisschen unsicher, sie wird auch die Akteure dann vorstellen. Deswegen begrüße ich hier nur Wolfgang Templin ganz herzlich, der den meisten ja bekannt sein wird und ich freue mich ganz besonders, dass wir Walter Süß noch einmal hier und sogar auf einem Podium haben, der ja mit diesem Buch eigentlich schon vor einiger Zeit hätte fertig sein wollen, aber es hat sich dann durch die Funde und durch die Fairness einer solchen Monografie doch noch ein wenig hingezogen. Ich freue mich, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Mein Name ist Helge Heidemar, ich bin der Leiter der Abteilung Bildung und Forschung und damit werde ich Sie jetzt auch schon entlassen und Douglas Selvich das Feld überlassen, der uns in dieses Buch einführt. Ich danke Ihnen. Guten Abend meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um mehr über unser Buch zu erfahren, Staatssicherheit und KSCE-Prozess. Ich werde in den nächsten 20 Minuten einige Hauptthemen aus meinem Teil des Buchs für die Jahre 1975 bis 1985 zusammenfassen und dann können wir zur Podiumsdiskussion übergehen. Am Anfang meines Vortrags möchte ich zunächst erklären, was KSCE bzw. der KSCE-Prozess bedeutet. Am 1. August 1975 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs Europas, Kanadas und der USA die Schlussachter der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder KSCE in Helsinki. Diese Unterzeichnung wird rückblickend als der hohe Punkt der Ost-West-Entspannungspolitik betrachtet. Danach folgte eine Reihe von mehrjährigen Nachfolgekonferenzen, auf denen die Implementierung der KSCE-Schlussakte überprüft und neue Vorschläge zur europäischen Sicherheit beraten wurden. Diese regelmäßigen multilateralen mehrjährigen diplomatischen Treffen von 1975 bis 1989 hinaus werden der KSCE-Prozess genannt. Aus Sicht der Sowjetunion und ihrer Verbundeten 1975 stellte die KSCE-Schlussakte einen großen Sieg für den Ostblock dar. Im ersten Teil der Schlussakte wurde die Unverletzlichkeit der bestehenden Grenzen in Europa bestätigt und die DDR hatte an der Konferenz des gleichberechtigten Staates teilgenommen. Das bedeutete aus östlicher Sicht die Anerkennung des politischen und territorialen Status Quo in Europa durch den Westen. Der zweite Teil der Schlussakte behandelte wirtschaftliche Fragen und versprach eine Erweiterung des Ost-West-Handels und des wissenschaftlich-technischen Austausches. Die Länder des Warschauer Parks hofften, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, indem sie Geld von Westen liehen und konkurrenz- und exportfähige Betriebe auf Weltniveau, teilweise mit westlicher Technologie, aufbauen würden. Eine Verbesserung des Lebensstandards ihrer Bürger sollte zudem zur Stabilisierung der kommunistischen Regimes beitragen. Damit der Westen der Schlussakte zustimmte, mussten die Kommunisten aber auch Zugeständnis an den Westen machen, die sie lieber vergessen hätten. Im Prinzip sieben der Schlussakte hatten die Teilnehmerstaaten sich verpflichtet, die Menschenrechte zu achten. Der dritte Teil der Schlussakte oder der sogenannte Dritte Koop beinhaltete Absichtserklärungen über menschliche Kontakte bzw. menschliche Erleichterungen, z.B. die Familienzusammenführung sowie den freien Austausch von Informationen. Für die Bundesrepublik war der Dritte Koop ein besonderes Anliegen, da er einen Rahmen für eine Erweiterung der Kontakte zwischen Menschen in Ost- und Westdeutschland bieten konnte. Obwohl Staatssicherheitsminister Erik Mielke ebenso wie KGB-Chef Juri Andropov Probleme wegen des Dritten Korbes und des Menschenrechtsprinzips voraussah, war Mielke damals zuversichtlich, dass ein Minister mögliche negative Auswirkungen unter Kontrolle halten könnte. Die erste große Herausforderung aus der KSA-Eschlussacht kam für den Osten in den Jahren 1976-77. Damals griffen verschiedene neue Gruppen im Osten das Menschenrechtsprinzip bzw. Korb 3 auf, um die Einhaltung der Menschenrechte in ihren eigenen Ländern zu fordern. Hier werde ich nur einige erwähnen. Die Moskauer-Helsinki-Gruppe in der Sowjetunion, das Komitee zur Verteidigung der Arbeiter oder Korps in Polen und die Karte 77 in der Tschechoslowakei. Solche Gruppen schrieben Berichte über die Nicht-Einhaltung der Prinzipien der Schussakte durch ihre jeweiligen Länder und gaben sie an westliche Journalisten, Diplomaten und Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International weiter. Sie schufen damit eine internationale Öffentlichkeit für die Einhaltung der Menschenrechte auf Grundlage der KSA-Schlussakte. Auf den Nachfolgerkonferenzen der KSA-E, deren Einberufung in der Schussakte festgeschrieben war, machte die US-Region, beginnend mit der Amtszeit von Jimmy Carter 1977, die Kritik an der Nicht-Einhaltung der Menschenrechte durch den Osten zum Hauptschwerpunkt ihrer KSA-E-Politik. Mielke und das MFS fürchteten die Gründung so einer Helsinki-Gruppe in der DDR. Im Sommer 1977 schlug das MFS blinden Alarm. Es registrierte Kontakte zwischen Oppositionellen in Jena und Nauenburg, zur Karte 77 in der Tschechoslowakei und zum Westberliner Schutzkomitee Freiheit und Sozialismus. Es sah darin bereits die drohende Gefahr der Gründung einer Bürgerrechtsbewegung analog der Karte 77 in der DDR. Parallel dazu verbreitete eine Gruppe von katholischen und evangelischen Theologiestudenten aus dem Kreis Nauenburg eine Art von Karte 77 aus christlicher Perspektive unter dem Titel Frieden und Gerechtigkeit heute, das sogenannte Querförderpapier. Durch eine Reihe von sogenannten Zersetzungsmaßnahmen, das heißt Psychoterror, einzelnen Verhaftungen und innerkirchischen Disziplinierungsmaßnahmen, zerstreute die Stasi diese verschiedenen ostdeutschen Kreise und damit ihre hauseigenen Schreckgespenst von einer ostdeutschen Helsinki-Gruppe. Am 23. Mai 1978 prallte Generalmajor Paul Kienberg der Stasi bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen von KGB. Im Gegensatz zu Polen, der Tschechoslowakei oder sogar der Sowjetunion selbst, sei der Gegner, so Kienberg, keinen Schritt seinem Ziel nähergekommen, eine Menschenrechtsbewegung in der DDR ins Leben zu rufen. Trotz des Selbstlobs des MFS hatte die KSCE grundsätzlich wenig direkten Einfluss auf Oppositionellen in der DDR, zumindest vor 1985. Obwohl in einigen kirchlichen Kreisen recht aktiv über KSCE und Menschenrechte diskutiert wurde, hatten DDR-Oppositionellen überhaupt nicht vor, eine Helsinki-Gruppe zu gründen. Ulrike Poppe schrieb, und ich zitiere, die Oppositionellen in der DDR widmeten dem KSCE-Prozess nicht so viel Aufmerksamkeit wie die der anderen Ausblockstaaten. Zitat Ende. Sie sammelten sich vor allem in der unabhängigen Friedensbewegung als Reaktion auf die wachsende Militarisierung der DDR-Gesellschaft ab Ende der 1970er-Jahre. Der Stasi-Generalmajor Kienberg verschwieg in dem erwähnten Gespräch mit den sowjetischen Genossen die größte Herausforderung für die DDR infolge der KSCE. Das Entstehen einer Bewegung für ständige Ausreise nach der Bundesrepublik und West-Berlin. Die Anzahl der Übersiedlungsersuchen arbeitsfähiger Erwachsener und Kinder stieg von knapp 13.000 im Jahr 1975 auf fast 20.000 im Jahr 1976 an. Und alle diese Ausreiseanträge, die meisten, haben dann die KSCE-Schlussacht zitiert, als Grünlage für den Antrag. Die Ausreisebewegung in die Bedrohungskrezeption des MFS und der SED gelangten im August 1976 an einen Windepunkt, als 33 Ausreiseantragsteller aus 16 Familien im sächsischen Riese eine Petition zur folgenden Erlangung der Menschenrechte unterzeichneten. Sie warfen der DDR vor, gegen die KSCE-Schlussachter und andere internationale Vereinbarungen verstoßen zu haben, indem sie ihnen die Ausreise verweigerte. Die Petition ging nicht nur an die DDR-Behörden, sondern auch an die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen und Vertreter der KSCE-Teilnehmerstaaten. Mielke informierte Honecker persönlich, dass der Verfasser der Petition, Dr. Karl-Heinz Nitschke, deren Übergabe an einschlägige Feind und andere Organisationen in der Bundesrepublik organisiert habe. Das MFS reagierte schnell. Nitschke wurde am 20. August 1976 von MFS festgenommen und anschließend wegen nachgerichtender Übermittlung und staatsfeindlicher Hetze angeklagt. Andere Mitunterzeichnungen der Petition wurden ebenfalls verhört und festgenommen. Nach einem kurzen Lernprozess im ersten Jahr nach dem Helsinki-Gipfeltreffen hatte das MFS hinter den Kulissen die bereits alarmierte SED dazu bewogen, die notwendigen Änderungen der Vorschriften und Gesetze vorzunehmen, um die unerwunschte Folge des KSCE-Prozesses auf die DDR, eben die Ausreisebewegung, wieder unter Kontrolle zu bringen. Am Ende einer Kette von repressiven Regelungen, die unter Mitarbeit von MFS zustande kamen, wurde ein Befehl Mikkels und aller Diensteinheiten des MFS 1977 weitergeleitet. Er spiegelte die neue repressivere Rechtslage gegen Ausreiseantragsteller wieder. Von nun an wurden hartnäckige Ausreiseantragsteller von MFS wie andere sogenannten Staatsfeinde behandelt. Sie wurden in operativen Vorgängen bearbeitet und denselben repressiven Maßnahmen wie oppositionellen unterworfen, unter anderem Postkontrolle, Telefonabhören und Psychoterror. Dazu kamen Diskriminierungen in der ostdeutschen Gesellschaft und die Drohungen mit Arbeitslosigkeit und Haft. Die neuen repressiven Maßnahmen hätten zunächst die erhoffte Wirkung. Die Anzahl der Erstanträge auf Ausreise halbierte sich von knapp 2.600 im Jahr 1977 auf 1.300 im Jahr 1978. In einem Treffen mit einem Mitglied des polnischen Politbüros im September 1980 deklarierte Erich Honecker, diese Entwicklung ist Sieg für die SED und natürlich auch das MFS. Dass es keine größeren öffentlichkeitswirksamen Demonstrationen seit der Riese-Petition gegeben hatte, zeige, so Honecker, dass die DDR die Drohung einer von Westens organisierten Helsinki-Gruppe erfolgreich im Keim erstickt habe. Das stunde im Gegensatz zur Lage in Polen, so Honecker, wo die nicht erfolgte Unterdruckung von Chor und anderen Gruppen, die sich auf die KSA-Schlussakte beriefen, so Solidarność bewegen und der daraus entstandene Gefahr für das kommunistische Regime Polens geführt hatte. Die Erfahrung der späteren 1970er Jahre sagte, dass das MFS in Zusammenarbeit mit der SED und mit anderen Regierungsorganen erfolgreich die Ausreisebewegung unterdrucken konnte. Nichtsdestotrotz stieg der Anzahl der Ausreiseanträge 1980 und insbesondere 1983 steil an und erreichte Mitte 1989 ihre Höchstzahl von knapp 125.000. Warum ist das passiert? Hat das MFS das Schild und Schwert der SED-Diktatur versagt? Zwei größere Entwicklungen, die von den beiden Auftraggebern des MFS, der KPDSU, vertreten durch den KGB und der SED, ausgingen, erklären, warum das MFS die Ausreisebewegung langsam nicht mehr unter Kontrolle halten konnte. Erstens machte die Sowjetunion auf dem KSA-Nagvogeltreffen in Madrid 1980 bis 1983 erneut Zugeständnisse im Korb 3, trotz der Warnungen ostdeutscher Diplomaten und des MFS wegen der negativen Auswirkungen auf die Stabilität der DDR. Dazu sehlte das Recht auf das Einreichen von Ausreisegesuchen sogar mehrmals, die Verpflichtung zu ihrer wohlwollenden Behandlung innerhalb von sechs Monaten, sowie ein Verbot von repressiven Maßnahmen gegen solche Antragsteller. Das heißt, die ganze Gesetzgebung der DDR musste nun geändert werden. Diese Zugeständnisse schränkten die Möglichkeit der SED, des MFS und anderer DDR-Institutionen erheblich ein, die Zahl der Ausreiseanträge zurückzudrängen. Um zu den Ausgangsursachen der Stärkung der Ausreisebewegung in der DDR zu gelangen, ist die Frage wichtig. Warum ist die Sowjetunion solche Zugeständnisse eingegangen? KGB-Chef Andropov erklärte einem besorgten Mielke die Gründe davor bei ihrem Treffen im Juli 1981. In der Einschätzung der Sowjetunion musste die Entspannung mit Westeuropa, insbesondere infolge der Kollaps der US-Sowjetischen Entspannung in 1979, aufrechterhalten werden. Dies hatte nicht nur mit der schlechten wirtschaftlichen Lage der sozialistischen Staaten zu tun, die immer abhängiger von Handel, Krediten und Technologien aus dem Westen geworden waren. Wie Andropov Mielke erklärte, hatte Moskau schon extreme wirtschaftliche Schwierigkeiten, mit der erneuten Aufrüstung der USA Schritt zu halten. Darüber hinaus blieb die Vereidigung der geplanten Stationierung von US-Mittelschreckenraketen in Westeuropa als Bestandteil des NATO-Doppelbeschlusses die höchste außenpolitische Priorität Moskaus in Europa. Die UDSR musste Zugeständnisse machen, so Andropov, um das Ziel einer europäischen Abrüstungskonferenz im KSE-Prozess zu erreichen, die aus Moskauer Sicht zu diesem großen Ziel beitragen sollte. Das heißt, exogene Gründe, die nichts mit dem KSE-Prozess zu tun hatten, führten auf die Madrida-KSE-Treffen zur Kompromissbereitschaft Moskaus auf Kosten der DDR. Diese exogene Gründe waren die relativ entwachsende wirtschaftliche Schwäche der östlichen Staaten gegenüber dem Westen, der neue Rüstungswettlauf zwischen den Supermächten infolge des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan und der NATO-Doppelbeschluss. Trotzdem hatte Moskau aus eigener Sicht die SED nicht im Stich gelassen. Seit der KSE-Schlussakte oder sogar seit dem Grünlagenvertrag von 1972 hatte Brezhnev-Honecker klargemacht, wie man die ungewollten Auswirkungen der Entspannungspolitik auf die DDR, darunter die Ausreisebewegung, unter Kontrolle halten konnte. Durch eine Politik der konsequenten Abgrenzung der DDR von der Bundesrepublik. Das heißt, die DDR sollte nicht nur deutsch-deutsche Kontakte und Besuche, sondern auch die deutsch-deutsche Wirtschaftsbesierungen oder zumindest die Verschuldung der DDR bei westdeutschen Banken auf einem Minimum halten. Das aber hatten Honecker und sein CK-Wirtschaftssekretär Gunther Mittag nicht gemacht und spätestens am 19. August geriet die DDR in eine wachsende wirtschaftliche Abhängigkeit von der Bundesrepublik. Dies ist der zweite Grund, warum das MfS auch mithilfe anderer DDR-Institutionen die Ausreisebewegung nicht mehr unter Kontrolle halten konnte. Beschärfte Maßnahmen gegen Übersiedlungsersuchende, insbesondere nach den sowjetischen Konzeptionen in Madrid, hätten die notwendige wirtschaftliche Unterstützung aus der Bundesrepublik gefährdet. Diese Abhängigkeit beeinflusste offenbar die Reaktion Honeckers auf eine Welle von Botschaftsbesetzungen durch ostdeutsche Ausreisewillige 1984. Er entschied gegen den Rat Mielkes, mehr als 23.000 Ausreiseanträge zu genehmigen. Honecker hoffte damit, sich das Problem potenziell auffälliger Ausreisewilliger mit einem Schlag vom Hals zu schaffen. Eine Repressionswelle schied das Optionen offenbar aus, weil das den guten Willen und deshalb die wirtschaftliche Unterstützung der Bundesrepublik in Form von Krediten und insbesondere den damaligen Milliardenkrediten gefährdet hätte. Milliardenkredite hin oder her, das MfS konnte nach der Ausreisewelle 1984 weder alleine noch in Zusammenarbeit mit anderen DDR-Institutionen die Ausreisebewegung erfolgreich zurückdrängen. Ab 1985 musste das MfS sich dann auch noch bemühen, sowie die Geheimpolizeien in den anderen Ostblockländern eine einheimische Menschenrechtsbewegung, die Initiative Frieden und Menschenrechte, irgendwie unter operative Kontrolle zu halten. Die vom MfS Ende der 1970er Jahre befürchtete Internationalisierung der ostdeutschen Opposition war zustande gekommen, als die unabhängigen Friedensgruppen in der DDR Kontakt mit den Grünen, der Karte 77 in oppositionellen anderen Ostblockländern aufgenommen und sich öffentlich mit Menschenrechtsfragen und der KSDE auseinandergesetzt hatten. Glücklicherweise haben wir heute einen Mitbegründer der IFM auf dem Podium, Wolfgang Templin, der mehr zu diesen Fragen sagen kann. Zusammenfassend sah die Lage für die DDR 1985, besonders aber auch für die Sowjetunion, auch im Zusammenhang mit dem KSDE-Prozess, düster aus. Die wachsende wirtschaftliche Abhängigkeit der DDR von der Bundesrepublik zwang die DDR, die von der Bundesrepublik geforderten humanitären Erleichterungen großzügiger zu behandeln. Ab 1983 gab es auch einen Besuch auf die infolge der KSDE-Schlussakte entstandene Ausreisebewegung in der DDR. Die KSDE-Politik des neuen sowjetischen Generalsekretärs Mikhail Gorbatschow erschwerte die Lage für die DDR noch weiter. Mein Co-Autor Walter Süß kann mehr zu diesen Fragen sagen, weil er die entsprechenden Kapitel in unserem gemeinsamen Buch verfasst hat. Ich freue mich auf unsere Diskussion und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Selwitsch. Vielen Dank für diese Einführung. Wir sind mitten im Thema, ich glaube, da muss ich gar nicht ergänzend noch viel sagen. Ich möchte ein Zitat ergänzen. Ein Zitat aus einer Zeit, als von KSZDE-Prozessen noch gar nicht die Rede war. Zehn Jahre vor dem KSZDE-Prozess hat Gustav Heinemann, der spätere Bundespräsident der Bundesrepublik, die Stimmung, wie ich finde, sehr treffend beschrieben. Nicht der Krieg, hat Heinemann gesagt, nicht der Krieg ist der Ernstfall, der Friede ist der Ernstfall, in dem wir uns alle zu bewähren haben, weil es hinter dem Frieden keine Existenz mehr gibt. Also dieses nur, um nochmal sich zu vergegenwärtigen, in welcher Situation eigentlich wir uns zu Beginn des KSZE-Prozesses befinden. Es war eine Situation, in der eine Eiszeit herrschte. Europa war geteilt und saß auf dem Pulverfass. Wir kennen noch das Schlagwort vom Gleichgewicht des Schreckens und vor diesem Hintergrund war dieser Prozess eben auch dann ein ganz besonderer. Mit der Schlussakte von Helsinki gab es eine Grundlage, auf der sich auch in Osteuropa, in den Ländern des Warschauer Paktes, Menschen auf die Menschenrechte und die Freiheit berufen konnten. Es konnte außerdem, darüber wird zu reden sein, ein Weg beschritten werden der Vertrauensbildung. Ein Weg, der insbesondere für die beiden deutschen Staaten wichtig war, weil zwischenstaatlich Erleichterungen, humanitäre Erleichterungen, wie man damals sagte, ausgehandelt werden konnten. Sie haben das schon angeschnitten, Herr Dr. Selwitsch. Das war lange die einzige Deutung des KSZE-Prozesses und ich bin sehr froh, dass wir jetzt auch andere Deutungen inzwischen haben, unter anderem durch eben dieses Buch, was Sie uns heute vorstellen. Ich mache einen Schritt zurück und stelle Sie alle noch mal kurz vor. Herr Dr. Douglas Selwitsch haben wir eben schon gehört. Dass er Historiker ist, wird jetzt niemanden im Raum wundern. Er ist spezialisiert auf die Erforschung der Zusammenarbeit der diversen Geheimdienste und er ist Projektleiter in der Forschungsabteilung eben bei unserem Gastgeber gewissermaßen, dem einen der beiden Gastgeber von heute, der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Und in dieser Funktion als Projektleiter der Forschungsabteilung der BSDU sind Sie Nachfolger von Herrn Dr. Walter Süß. Auch Sie, stelle ich kurz vor, Sie haben lange in der Abteilung Bildung und Forschung der BSDU gearbeitet, gewissermaßen von Beginn an, da hieß die auch noch gar nicht so. Und Sie sind, das wurde vorhin kurz erwähnt, Sie sind seit sechs Jahren im Ruhestand und Sie sind Mitautor des Werkes und dann wissen wir schon, was Sie mit der Ruhezeit anzufangen wissen, die Ihnen eigentlich gegönnt ist. Sie waren eben auch Projektleiter in der Abteilung Bildung und Forschung. Schön, dass Sie da sind. Und neben mir sitzt Wolfgang Templin, der Mitbegründer, Herr Savage hat es schon erwähnt, einer der Mitgründer der Initiative Frieden und Menschenrechte, 1985 gegründet, also eigentlich deutlich nach der Unterzeichnung der Akte. Wir werden darauf kommen. Sie vorzustellen, ist immer so eine Gratwanderung. Wir könnten den ganzen Abend mit der Vorstellung Ihrer Person und Ihres Lebensweges verbringen. Das werden wir nicht tun. Ich bezeichne Sie jetzt mal als Dissidenten. Sie waren Mitglied der SED, Sie wurden als junger Mann von der Stadtsicherheit angeworben und Sie haben sich selbst dekonspiriert, gleichfalls auch als junger Mann nach vier Jahren. Sie haben Kontakte zur Opposition geknüpft, Sie haben Philosophie studiert, Sie traten aus der SED aus, erhielten Berufsverbot und dann engagierten Sie sich eben gerade auch über Ihre Kontakte nach Polen in diversen Oppositionsbewegungen und der Menschenrechtsbewegung. Sie wurden verhaftet und ausgewiesen und kehrten im November 1989 in die DDR zurück, setzten Ihre Kraft am runden Tisch ein und in der Volkskammerfraktion von Bündnis 90 die Grünen. Vielleicht machen wir es mal bis dahin. Und auch Sie schreiben in der Zeit die andere als Ruhestandbezeichnenden Bücher. An dieser Stelle möchte ich, ehe ich es nachher vergesse, auf den Informationstisch der Stasi-Unterlagenbehörde draußen vor der Tür verweisen und eben auch auf den Stand der Buchhandlung 89. Da können Sie auch die Bücher von Herrn Templin finden, aber auch die der anderen Herren. So, und jetzt ist der Formal ja genug getan und wir können uns endlich nach diesem langen Monolog meinerseits dem eigentlichen Thema widmen. Herr Selvitsch hat geendet mit den Jahren, die jetzt Ihre Forschung betreffen. Herr Dr. Süß, blicken wir also auf die Gorbatschow-Zeit. Was hat sich da aus Ihrer Sicht geändert? Wo knüpfen Sie an, an der Stelle, wo Herr Selvitsch aufgehört hat? Ich bin nicht zu verstehen. Das ist erfreulich. Wenn Sie in das Mikrofon reinsprechen. Ja, ich werde es versuchen. Also ich würde doch einen Schritt noch zurückgehen, nämlich zu dem Hauptmotiv der jeweiligen sowjetischen Führung, sich auf diesen gefährlichen Prozess überhaupt einzulassen. Herr Selvitsch hat es ja bereits erwähnt. Aus Sicht von Brezhnev, unter dessen Ägide das ja begonnen hat, dieser Prozess. Ich würde mich einsprechen in das Mikrofon. Ja. Aus der Sicht von Brezhnev ging es vor allem darum, die Nachkriegsgrenzen festzuschreiben. Das heißt, etwas weniger neutral formuliert, den sowjetischen Herrschaftsbereich garantiert zu bekommen. Bei seinem Nachfolger Andropov, also Janenko lasse ich jetzt weg, da ist eine unbedeutende Figur, bei seinem Nachfolger Andropov, meine ich, und das geht auch aus dem Buch hervor, stand im Vordergrund eine ähnliche Befürchtung, wie es gerade in Ihrem Heinemann-Zitat angeklungen ist. Nämlich, dass die militärische Konfrontation eskalieren könnte. Also es gibt in unserem Buch ein längeres Zitat, wo Andropov sich gegenüber Mielke geäußert hat und gesagt hat, er ist sich nicht ganz sicher, ob die Reagan-Administration einen Krieg riskieren will. Er hält es eigentlich eher für unwahrscheinlich, weil sie damit auch ihre eigenen Paläste und Fabriken zerstören würden. Aber er hat ja nun die Verantwortung für das ganze Land. Er ist sich dessen nicht sicher. Und diese Befürchtung auszuräumen oder einzudämmen, war bei Andropov ein ganz wichtiges Argument dafür, zum Beispiel bei den Madrida-Verhandlungen, sich Konzessionsbereich bereit zu zeigen, in Bereichen, die die Sowjetunion weniger gekratzt haben, aber für die DDR ausgesprochen unangenehm waren. Und mit dem Amtsantritt von Gorbatschow hat sich dann nochmal was grundsätzlich geändert. Also der hat die Motive vorher durchaus mitgetragen. Aber was bei ihm hinzukommt, erstens er denkt den, und das war ganz neu, er denkt den Ost-West-Konflikt nicht mehr als Nullsummenspiel, wo eine Seite eben auf Kosten der anderen Gewinne erzielt, sondern er ging davon aus, dass es möglich sein müsste, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Wobei das also, dass die westliche Seite von dem KSZE-Prozess profitiert, war sowieso klar. Das war keine Neuigkeit an sich. Aber er war auch der Annahme, dass für die Sowjetunion etwas dabei herauszuholen sei. Einmal natürlich erhöhte militärische Sicherheit, indem der KSZE-Prozess als Schritt genutzt wird, um dann auch zu Verhandlungen über militärische Abrüstung zu kommen. Und in späteren Jahren, also als die Position von Gorbatschow innerhalb der Sowjetunion und des sowjetischen Machtapparates konsolidiert war, durchaus auch den menschenrechtlichen Teil der KSZE zu nutzen für seine eigenen Reformvorhaben innerhalb der Sowjetunion. Also das als Hebel einzusetzen, innenpolitisch. Und das hat auch ganz gut funktioniert, muss man sagen. Können Sie da noch ein bisschen uns schildern, was Sie da in den Akten gefunden haben, woran Sie das festmachen, wie sich das äußerte? Das ist ja eine ganz interessante Entwicklung und Bewegung. Also die erste Basis für die Aussage sind Memoiren vor allem von sowjetischen Teilnehmern an den KSZE-Verhandlungen und von sowjetischen außenpolitischen Funktionären, die genau das berichtet haben. Sagorski zum Beispiel, der in der sowjetischen Delegation zuständig war für Menschenrechtsfragen in der Spätphase der KSZE, also in Wien. und zum Zweiten die Positionsveränderungen der Sowjetunion in den internen Verhandlungen mit den anderen Osten europäischen KSZE-Teilnehmern, wo Sie erst relativ einsam und dann mit Unterstützung vor allem der ungarischen Delegation und der polnischen Delegation sich dafür eingesetzt haben, im Bereich der Menschenrechte, vor allem der menschlichen Beziehungen zwischen beiden Blöcken, der Erleichterung der Kontakte und so weiter und so fort, Konzessionen zu machen und gleichzeitig immer wieder das Argument, weil natürlich etwa von Honecker oder auch von Mielke argumentiert wurde, ihr seid dabei, die DDR zu destabilisieren. Wir können uns das nicht leisten und dann kam immer das Argument, ja wollt ihr daran schuld sein, dass es zu keinen Abrüstungsverhandlungen kommt und als diejenigen der Weltöffentlichkeit dastehen, die das damals verhindert haben und da haben sie noch jedes Mal gekniffen. Da würde ich gerne auch noch mal etwas vertieft einsteigen bei dieser Frage, die Sie angedeutet haben zur Haltung oder Beurteilung des Prozesses Erich Honecker und Mielke. Der eine war dafür, weil er sowieso bestrebt war, die DDR, seine schönste und beste DDR, um es mal ein bisschen polemisch zu sagen, als satisfaktionsfähig auf internationaler Bühne zu präsentieren und inwieweit, es geht ja schließlich um Stadtsicherheit und KSZE-Prozess, das Buch, inwieweit war Herr Mielke da wirklich also deutlich skeptischer und abweisender und vorsichtiger wie auch immer wir das nennen wollen. Ja, also zum einen war Honecker außerordentlich bestrebt, das war glaube ich für ihn, also was für die Sowjets und der Brezhnev die Anerkennung der Nachkriegsgrenzen war, war für Honecker die Anerkennung, die vollständige völkerrechtliche Anerkennung der DDR, uneingeschränkt und diesem Zahn hat ihm schon Brezhnev gezogen, also dass erstens sowieso die deutsch-deutschen Querellen nicht auf KSZ-Behandlungen gehören und zum Zweiten das also nicht übertreiben soll. Aber das war also so das Hauptmotiv von Honecker ursprünglich bei diesem Prozess. Und dann natürlich was Selvich ja schon dargelegt hat, die zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeit von Krediten aus der Bundesrepublik, die ein gewisses Wohlverhalten notwendig machte, Sonst bekommt man keine Kredite mehr und dieser Aspekt war aus Sicht von Honecker, der außerdem immer um sein, der ist ein sehr eidler Mensch gewesen, um sein Image im Westen auch besorgt war und dass er ein Friedensfreund ist und so weiter und so fort. Und aus Sicht von Mielke stellt er sich das insofern anders dar, weil Mielke nicht die wirtschaftlichen Aspekte in den Vordergrund rückte, sondern wie es seines Amtes war, die Sicherheitsaspekte. Und da fand er diesen KSZE-Prozess aus naheliegenden und durchaus begründeten Gründen gefährlich und war deshalb skeptischer als Honecker. Und auf der anderen Seite kam auch noch hinzu, was Selvich auch schon erwähnt hat, die sowjetische Maxime war, um die Stabilität der DDR zu retten, möglichst strikte Abgrenzung von der Bundesrepublik. Und das war etwas, ein Motto, das Mielke sofort unterschrieben hätte, weil es ihm natürlich auch die Arbeit erheblich erleichtert hätte und womit er sich aber nicht durchsetzen konnte, weil Honecker seine anderen Ziele mit so einem Kurs nicht hätte realisieren können. Ja, damit ist im Grunde auch schon sehr schön erklärt, dieses wichtige, fast ikonografische Bild hinter uns oder was auch das Buch ziert, die DDR sprach von völkerrechtlicher Anerkennung, die gab es aber nicht, vor allem nicht durch die Bundesregierung, die egal welche parteipolitische Konstellation, also mit Helmut Schmidt, aber dann auch danach mit Helmut Kohl sich im Verlauf und in den Nachwehen der neuen Ostpolitik zwar darauf eingelassen hat, mit der DDR zu verhandeln, sie also staatsrechtlich anerkannt hat, aber nicht völkerrechtlich und völkerrechtlich an der Präambel des Grundgesetzes immer festhielt und die Untheilbarkeit der Nation über allem gewissermaßen stand, man hat sich in diesen Prozessen darauf verständigt, okay, da sind wir uns nicht einig, DDR und Bundesrepublik verhandeln müssen wir trotzdem, das war sozusagen der Fortschritt, aber natürlich ist das, uns erscheint das heute so ein bisschen als Petitesse und so ein bisschen kleinkariert oder korinthenkackerisch, Entschuldigung, aber das war halt ein wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Staatsräson auf beiden Seiten in gewisser Weise. Wir machen einen Schnitt und kommen zu Ihnen, Herr Templin. Jetzt haben wir gewissermaßen die analytische Seite, was es machtpolitisch bedeutete für Erich Honecker oder eben auch für die Sowjetunion. Sie selber haben natürlich einen ganz anderen Blick drauf, der uns jetzt interessiert. Was bedeutete COP3 oder was bedeutete KSZE für Sie? Inwieweit hat Sie der KSZE-Prozess gestärkt, ermutigt? Ja, ich bleibe gern analytisch, komme auch noch auf Honecker und Milke aus meiner Sicht, aber ich möchte gern bei Ihrer Vorstellung anknüpfen. Das hat mich heute schon mal erreicht, das Wort. Ich hatte nämlich heute Mittag ein Telefoninterview, ein längeres, aus Norwegen von einem polnischen, mir gut bekannten Akteur. Der fragte zum Schluss das Interview, es ging um internationale Beziehungen von uns in den 80er Jahren. Er fragte zum Schluss, sag mal Wolfgang, wo machst du denn den Unterschied zwischen Dissident und Oppositioneller fest? Ich würde mich in einer Kurzvorstellung natürlich DDR-Oppositionellen nennen und ich habe heute im Interview gesagt, der Unterschied für mich, ich sollte spontan, kurz schnell antworten, ist, ein Dissident ist jemand, der aus einer vorgegebenen Denk- oder Überlegungsrichtung herausgeht, andersdenkend wird. In der DDR gab es sehr viele, die sich den ideologischen oder vorgegebenen Programmschemata irgendwann entzogen, andersdenkende wurden. Die könnte man, die lasen, die diskutierten, die schrieben vielleicht sowas dazu auf, die wurden aber noch lange keine Oppositionellen. Ich habe heute gesagt, in jedem Oppositionellen steckt natürlich das Moment, der Anteil, der Teil von Andersdenken, Dissidenz. Aber die Frage der Entscheidung, zur Aktion, zur offenen Arbeit, zum politischen Widerstand überzugehen, der resultiert ja nicht nur aus dem Anderserkennen, Denken, sondern das sind andere Entscheidungsprozesse. Also hier die Frage, Dissident, Oppositioneller. Wir sind beim dritten Punkt, der erwähnt wurde. Jemand, der sich entschließt, entschlossen hat, mit allen Restriktionen und Härten, die das bedeutet, seine Freiheitsrechte in Anspruch zu nehmen, die DDR zu verlassen, der hat auf seine Weise Courage bewiesen, wurde dadurch aber natürlich auch mit Erkenntnisprozess, der dazu führte, das Moment des Dissidenten, noch lange kein Oppositioneller. Jetzt bin ich bei dem Punkt, der für unsere Geschichte zentral ist. Die Rhythmen von Widerstand und Opposition, nicht nur in der DDR, sondern auch im Ostblock, richteten sich ja nicht nur nach dem, was hier vorgestellt wurde, KSZE-Prozess. Die gab es vorher, die wurden vom KSZE-Prozess massiv beeinflusst, siehe unsere Gruppe. Aber wenn ich die klassischen Rhythmen nehme, Volksaufstand in der DDR, 17. Juni, ich komme auf Ungarn da noch zurück, 56 Ungarn, 68 Prag, das waren ja Widerstandshandlungen, die sich gegen Unterdrückung, gegen soziale Ungerechtigkeit, nämlich auch die Arbeiteraufstände, im erklärten Sozialismus richteten. Und dass das dann zusammenkam, hier wurden die Gruppen der 70er Jahre genannt und da würde ich sagen, Karta 77, volle Reaktion auf den KSZE-Prozess, in einem Teil der ungarischen Opposition auch, aber das KOR zum Beispiel, was für meine eigene Entwicklung hin zum Oppositionellen, also vom Andersdenken, bleibe ich unter der Decke in der DDR, suche mir eine Nische oder gehe in den offenen Widerstand, das Schlüsselerlebnis der Oppositionsgruppe KOR, die waren menschenrechtlich beeinflusst, folgte aber dem großen Oppositionsrhythmus, dass sich nämlich das Regime immer wieder mal anscheinend der Lockerung der Liberalisierung gab, Polen-Tauwetter, Jahrzehnte vorher, Gierig in den 70er Jahren und dann kam, unabhängig vom KSZE-Prozess, der Einbruch des Gierig'schen Reformversprechens, kreditfinanzierte Modernisierung, geht nicht, dann kam Streiks, Repression, KOR, sodass ich eigentlich für mich und viele andere in der DDR dieses Oppositionelle, dieses Internationale, verschärft durch den Menschenrechtsprozess, bestärkt dadurch miteinander verbunden hat und wir waren immer in der Klemme, die, die ich kannte, bleiben wir Dissidenten und lehnen die vom MFS sogar uns gegenüber angebrachte Formulierung Opposition ab, wollen wir nicht sein, ich sagte irgendwann, wir sind Opposition, weil wir in die Öffentlichkeit gehen, weil wir nicht nur unsere menschenrechtlichen Forderungen stellen, sondern das System herausfordern, aus der geschlossen, eine offene Gesellschaft machen wollen und dazu war für uns natürlich in der dreifachen Minorität, also von denjenigen, die weniger wollten, den Dissidenten, bloß nicht, ihr geht zu weit fort, von der Friedensbewegung zum Teil, wir wollen Brücken bauen, Verständigung, ich sagte, mit dem Gegenüber wird es schwierig, es sind unsere Gegenüber, wir sind nicht deren Feinde, aber wenn die uns als Gegner ansehen, dann hat das rational eine ganz klare, wir werden diese Brücke nicht finden, nicht in diesem System, wir müssen uns auf andere Weise wehren. Also das schon und dann kam dazu, was sollte uns eigentlich in der eigenen Entscheidung, wir bleiben Oppositionelle und leisten uns dieses Maximum auch an Druck, was auf uns kommt, wir wählen nicht den Weg der Ausreise, das war nochmal ein ganz heikles Thema, eigener Abend und da sage ich, der Schlüssel und das finde ich in dem Buch fantastisch beschrieben, unsere internationalen Kontakte, für mich fingen sie durch Polen an, also in den 70er Jahren, andere von uns waren in Tschechien, in Ungarn unterwegs, so und dann kam natürlich die nächste Welle der Härte und Repression, keiner von uns konnte mehr reisen, das heißt, scheinbar waren wir im Sinne dieser Strategie isolieren, repressieren, kaputt machen, zum Schweigen verurteilen, das Gegenteil trat ein. Bei mir gab sich in den 80er Jahren in meiner Pankow-Wohnung halb Europa die Klinke in die Hand, weil auch ein Erfolg des KSZE-Prozesses, viele, die sich darauf beriefen, uns dann als Friedensbewegung Menschenrechtler aufsuchen und dann entstand so etwas Tolles, was hier benannt wird, dieses Netzwerk-Ost-West-Dialog. Das waren Leute, die wir seit Ende der 70er zum Teil individuell kannten, die in den 80er Jahren kamen und jetzt werden hier Namen genannt, die unter einer Erklärung stehen, das Helsinki-Abkommen mit wirklichem Leben erfüllen, ein Memorandum gerichtet an die Bürgerinnen und Bürger, an die Gesellschaft usw. klingt alles toll und heute so sinnvoll und logisch zwingend. Es war eine winzige Minderheit Engagierter im Westen, die dieses Ost-West-Dialog-Aktivitätsmuster schufen. Die waren unter den Grünen eine absolute Minderheit. Die meisten der Grünen sagten die Verrückten im Osten nicht und so weiter. Ich sagte, hier ist der Prozess, der geschildert wurde und die Entwicklung, die wir machen konnten, aber auf internationaler Ebene, aufs engste Miteinander verbunden. Ja, ich würde doch noch mal jetzt kommen, jetzt haben Sie ja auch, das haben die beiden anderen Herren auch gemacht, insofern ist das ja nur legitim, einen großen Bogen geschlagen. Ich würde aber doch Sie noch mal bitten, sich zurückzuversetzen in diese Mitte der 70er Jahre. So, solche Bilder liefen auch im DDR-Fernsehen und das Neue Deutschland war auch ganz stolz auf den KSZE-Prozess. Was haben Sie, Wolfgang Templin, da für eine Empfindung gehabt? Da gab es noch nicht, also Sie haben jetzt ja aus heutiger Sicht zurückgeblickt und wie Sie selber sagen, gern auch analytisch, das ist auch gut, aber ich würde doch gerne noch mal bei diesem ganz Elementaren bleiben. Was haben Sie sich versprochen, als da plötzlich, also der Generalsekretär der SED von Menschenrechten redete? Darauf konnte ich damals, damals schon kein Pfefferlink mehr geben. Ich wusste, dass die aus taktischen Gründen, um ihre Lebenszeit zu verlängern, um ihren Spielraum zu verlängern, um selber bei den Verhandlungen möglichst viel herauszuschlagen, ich sage es jetzt verkürzt, dass dieser Prozess, und deswegen beriefen wir uns ja darauf, dass der für uns einen Sinn haben kann, entgegen den Intentionen der anderen Seite, stellt es sich heraus. Aber wenn Sie jetzt ganz subjektiv fragen, 70er Jahre war für mich nicht Helsinki-Prozess das Primäre, sondern ich sage noch mal, die Entwicklung der oppositionellen Strömungen in den Nachbarländern, die sich zum Teil damit verbanden, aber wenn ich die Ungarn nehme, wenn ich die Tschechen nehme, auch Kata 77 hatte ja einen Vorlauf im Prager Frühling, wenn ich uns selber nehme mit ganz verschiedenen Beteiligten und dann kommt etwas dazu, Mitte der 70er Jahre, ich war immer noch links, in welchem Sinne ich das heute bin, wäre eine ganz andere Frage, ich war damals so weit links abweichend dissidentisch, dass der Euro-Kommunismus, das muss man ja auch sehen, dass die DDR gezwungen war, eine andere Schiene, nicht Helsinki-Prozess, sondern sie will in der internationalen kommunistischen Bewegung nicht abgehängt sein, sondern selbst die, nennen wir es kommunistischen Dissidenten, die Euro-Kommunisten noch mit reinnehmen und dann zwei Seiten Neues Deutschland, die Euro-Kommunistischen Stimmen, das war wie Biermann, würde ich sagen, damals meine Hoffnung, zehn Jahre später war die Ernüchterung und das war nicht ein Rückzug auf die Position der EFM, sondern die Einsicht, es geht über einen anderen Bogen und der ist hier zum Teil schon beschrieben worden, also das ist ein Stationenweg 70er Jahre hier einer meiner Ausgangspunkte. Ja, vielen Dank. Herr Selvitsch, Sie haben ja nicht nur die Geschichte von Herrn Templin untersucht, sondern sind in den Stasi-Ekten über sehr, sehr viele und vor allen Dingen über die Strategie des MfS haben Sie geforscht und haben Spuren gefunden eben von Oppositionellen, die sich vom KSZE-Prozess etwas versprochen haben für ihre eigene Situation, eine Lockerung. Können Sie das ergänzen aus Ihrer Sicht, was Herr Templin gesagt hat, aus persönlicher Sicht geschildert hat, seine Feststellung auch, ich konnte da keinen Pfifferling drauf geben. Deckt sich das mit dem, was auch andere oppositionelle Gruppen empfunden? Wie ich gesagt habe, ich denke, 1977 hat das MfS eigentlich übertrieben die Bedrohung aus der KSZE-Schlussakte. Es gab natürlich Einzelpersonen, die etwas unternehmen möchten, vielleicht sogar ähnlich zu KSZE-77, aber ich habe auch mit einigen gesprochen, die in die Stasi-Akte vorkommen, die sogar verhaftet worden sind und sie sagen, dass das alles übertrieben war und es gibt jeder vernünftige Grund zu sagen, und das war auch der Fall. Man könnte sagen, okay, das MfS hat vorausgesehen, zum Beispiel Karte 77, es gab einen Prozess gegen eine Rockgruppe, Plastic People of the Universe und aus diesem Prozess in der CSSR dann formierte sich langsam dann Karte 77 und es kann sein, dass die Personen, die 76, 77 sowas gemacht haben, sie haben das nicht vorausgesehen, das MfS hat vielleicht doch besser gewusst, aber ich denke, das ist auch übertrieben, wie ich gesagt habe. Ich glaube trotzdem, es gab natürlich einen bestimmten indirekten Einfluss auf die DDR-Opposition, weil natürlich, es gab diese Kontakte zu KSZE-77, es gab diese Kontakte zu Karte 77, sie haben neue Taktiken entwickelt, das Leben in der Wahrheit, Leben als wäre, als wäre dann die Grünrechte in der Verfassung, als würde diese Regierung die irgendwie wahrnehmen, das war auch, sie haben Taktiken gelernt, dass irgendwie auf diesen Versuch dann über die KSZ-Schlusse zu tun, es würde die Regierung das respektieren, in der Öffentlichkeit haben sie das dann indirekt vielleicht übernommen, aber es war erst später, als diese zwei Strömungen zusammengekommen sind, mit der unabhängigen, mit der Friedensbewegung und mit KSZE-77 in den AXK-Jahren, dann sind sie wieder international präsent geworden und das ist, was das MFS und die anderen Geheimdienste auf allen Fällen vermeiden wollten, weil sie haben gesagt, das mag schlechte Presse für uns, wir sollen sagen, dass wir alles unter Kontrolle haben, sonst gibt es mehr Oppositionen, auf der anderen Seite, wenn wir sie unterdrücken, dann haben wir Probleme mit unseren Krediteninvestern, glaube gesagt, aber eigentlich, was er gesagt hat, ist genau, was in den Akten ist, nur dass das MFS natürlich sehr empfindlich war und haben übertrieben, was die Bedrohung war in den 70er Jahren. Ja, was hat das MFS konkret sich überlegt, um, aus seiner Sicht, ich spreche jetzt gewissermaßen, wie ein MFS-Mensch vielleicht gedacht haben mag, um den Prozess so möglichst unschädlich für die Stabilität der DDR zu halten, also, was hat man sich überlegt an Taktiken und Strategien, Menschen wie Herrn Templin und andere gewissermaßen in der Spur zu halten? Na, uns für politische Fundamentalisten und für richtig verrückt zu erklären, das heißt, also gewisse Kampagnen gegen mich sind dann nur die Spitze, aber das galt ja auch für die anderen. So, und dieser Unterschied, Honecker, Mielke, für mich hat Mielke im klassischen Sinne kommunistisch machterhaltend gehandelt, die ganze Zeit, nämlich, egal was sich an Außenbedingungen verändert, die Machtfrage ist entscheidend und wer zurückweicht, der verliert die Macht und wenn wir nicht die Macht festhalten, Genossen, dann drücken die uns an die Wand. Natürlich war das nicht unsere Logik, aber das war dann die Sicht des klassischen Kommunisten auf den Gegenüber. Honecker, ich sage nicht, dass ich keine Hoffnungsgestalten im SED-Horizont hatte, aber zu denen gehörte auch in den 70er Jahren eben nicht Honecker. Honecker war im Grunde genommen als Nachgeborener, auch mit dem Kredit, er war noch selber Häftling, also nicht Ulbricht, bemüht, als, das kann ich ihm rational durchaus nachvollziehen, er wollte sein eigenes Lebenswerk mit der Anerkennung der DDR, mit der Aufwertung, mit dem Angenommensein als Staatsführer im Westen verbinden, ja und das ging natürlich nur, wenn er nicht jedem Repressionswunsch des MFS nachgab. Das war ja im Grunde genommen auch die Chance für uns als IFM, viele fragten, wie geht das eigentlich, ihr seid öffentlich, ihr gebt eine Zeit, Schrift raus, diese internationalen Kontakte, schreibt im Westen, wir spürten eigentlich nur, das musste damit zu tun haben, dass man temporäre Rücksicht nahm, die Repression blieb und der Druck auf uns, aber nicht die Verhaftung, warum nicht, weil oben verkürzt die Pragmatiker und die Falken immer wieder miteinander rangen, was machen wir am besten, ein Plan und eine Konzeption jagte die andere, dann wurde immer wieder drauf geschrieben, übergeordnete Gesichtspunkte, das heißt, jetzt ist noch ein Kredit fällig, jetzt will Honecker noch nach, in den Westen, ganz tolles Beispiel, auch für die Konsequenz unserer Friedensgruppen, wir haben dann eine scheinbare Verständigungsphase, 87, Entspannung, Honecker will in den, will nach Bonn, der rote Teppich winkt, so und dann gab es den sogenannten All of Palme Friedensmarsch und im Kreis der redlichen braven Friedensgruppen gibt es eine Vereinbarung, wir können mit DDR-offiziellen Friedensgruppen gemeinsam marschieren, welch ein Fortschritt, auch wir durften mitmarschieren als IFM, Bedingung war, kein Transparent mit Menschenrechtslosung taucht auf, so, Zähne knirschend mussten wir das akzeptieren, aber wir konnten ja unseren eigenen Namen nicht verleugnen, also hatten wir ein Schild Initiative Frieden und Menschenrechte, das Geschrei in der späten Hälfte 1987 hätte man hören müssen, wortbrüchig und ihr provoziert und, 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 also da waren wir schon minimalistisch, würde ich sagen, auch nach meinem Geschmack, aber wir blieben auf der Grenze und dann kam die Abfolge, nämlich der Sturm auf die Umweltbibliothek, der das misslingende und dann hatten endlich die Falken ihre Chance und konnten sagen, so, diese Unbelehrbaren, dieser Kern muss raus und dann kam die Luxemburg-Demo 88, nur um mal das hin und her dazwischen zu kennzeichnen und dann, ja, wie geht man nun mit dem offenen Skandal um, den Demonstrationen, auch da geschehen ja wieder Dinge, die man nicht für möglich wird, nämlich Staatsfeinde zu Studienaufenthalten in die Bundesrepublik mit DDR-Pässen abzuschieben, also ein vorher gar nicht vorstellbares, geschweige denn, für viele nachzuvollziehen, war es Manöver, wo ich mich dann auf einmal mittendrin soll. Man wollte aber jemanden loswerden. Herr Templin hat das Wort Repressionswunsch benutzt. Herr Süß, können Sie zu diesem Repressionswunsch und also der Taktik des MfS nochmal genau etwas sagen? Ja, ich würde jetzt direkt daran anschließen, und zwar die Folgen der Luxemburg-Liebknecht-Demonstration und dieser sogenannten Studienaufenthalte im Westen, da hat Milke, das musste er seinen Generalen erklären, was da passiert ist und was die speziell zur Honecker sich dabei gedacht haben könnte und dass das halt aus politisch-taktischen Gründen notwendig war, aber sagte Milke damals unmittelbar danach, die kommen nicht mehr wieder rein und ein halbes Jahr später, als die Wiese abgelaufen sind, standen die wieder vor der Tür über Prag und das musste nun Milke wiederum erklären, seinen Generellen und da sagte er, ja, übergeordnete Gesichtspunkte, nämlich, wenn wir die jetzt nicht wieder reinlassen, obwohl es ja versprochen war, dann ist unsere Delegation in Wien bei den KSZE-Wandlern in einer miserablen Situation, die können das nicht erklären, also müssen wir zähnig, nirschend das fressen. Ja, das heißt, wenn wir uns fragen, was für eine Wirkung eigentlich hatte der KSZE-Prozess und seine Nachwirkungen, dann klingt es jetzt so, als hätte es tatsächlich in gewisser Weise auch Konzessionen gegeben, selbst im Sicherheitsapparat. Ja, unbedingt, denn Demplin hat schon angesprochen, diese Vernetzung, internationale Vernetzung der Oppositionsgruppen, das war aus Sicht der Staatssicherheit und nicht nur der DR-Staatssicherheit, auch KGB, das allergefährlichste, das sollte als unterbunden werden, indem er erstmal die Kontakte die Leute halt nicht ausreißen lässt und so weiter und so fort, Telefon kappt und was man so alles machen kann. Mikro. 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 Die können nicht gut genug messen. Genau. Früher waren die Mikros automatisch eingebaut. Jetzt habe ich meinen Farben etwas verloren. Das freut ich nicht. Was ich sagen wollte, war das gleichzeitig, was mich jetzt auch überrascht hat bei der Lektüre dieser ganzen Unterlagen, ist, welche enorme Bedeutung für die Verhandlungen die Informationen hatten, die von NGOs im Ostblock geliefert worden sind. Also die, am stärksten war das wahrscheinlich bei der amerikanischen Delegation, die sich, glaube ich, ihre Reden fast sowjetischen Dissidenten nicht schreiben lassen, das ist jetzt übertrieben, aber jedenfalls selbst erklärt haben, dass sie ihre Informationen im Wesentlichen nicht direkt über verarbeitet von der amerikanischen Botschaft, sondern von den NGOs und von den Dissidenten, die bereits in den Westen ausgereist waren, erhalten. Und es ging ja dann auch so weit, dass bei der Wiener KSCD-Konferenz ein ganz bekannter Dissident, nämlich Juri Arloff, sogar Mitglied der amerikanischen Delegation war. Und er war nicht der Einzige. Aber vielleicht hier zur Ergänzung noch etwas anderes, was eigentlich zum Erfolg der DDR zählte. Das kommt garantiert im Buch auch vor. Ich entsinne mich sehr gut daran, weil ich einzelne Vertreter davon noch persönlich kennenlernen konnte. Die DDR war ja auch offensiv. Die DDR-Seite, sie ließ sich nicht nur in den KSZE-Prozess mit hineinziehen, sondern ab Mitte der 70er spätestens kreierte sie eine eigene Menschenrechtstheorie. Und zwar mit intellektuellem Potenzial, was nicht zu unterschätzen war. Wenn ich vielleicht der eine oder andere aus dem Publikum kennt noch diesen Namen, Professor Hermann Klenner. Das, würde ich sagen, war einer der fähigsten Rechtstheoretiker, Rechtsphilosophen, die die DDR besaß, mit einer ganz bezeichneten Biografie, als junger, überzeugter Genosse in den 50er Jahren aufgelaufen, an die Tauwetterphase gebunden, dann rückgedeckelt, Strafarbeit im Oderbruch und dann das großzügige Angebot an den befähigten intellektuellen Kader. Du kriegst wieder einen Platz an der Akademie der Wissenschaften und Professor Klenner, den ich durchaus sympathisch fand, den ich manchmal sogar am Rat fragte, wie wird man als Dissident eigentlich, wie verhält man sich, der hat mich immer, ach, mach doch mal, Vorsicht, bleib doch mal bei den Gedanken und ich sehe es doch genauso kritisch und so weiter. Natürlich hätte der mich immer vor der Opposition gewarnt und der schrieb dann gar nicht mal Schlimmste, aber er schrieb ausführliche Berichte, auf welcher Kippe ich denn nun widerstehe, solange ich noch an diesem Institut bin und der hat sich und andere, man müsste die Namen vervielfachen, die haben sich natürlich auch auskömmliche und internationale, auch im Westen, hoch angesehene Stellen in internationalen Menschenrechtskomitees und fielen an und leuchtete ein, ja, wenn sich die DDR schon so wandelt und ein solches Außengesicht hat, dann muss doch am Veränderungsprozess wirklich eine ganze Menge dran sein. Insofern war Klenner ein hervorragendes Außengeschild für diesen anderen Offensivteil der DDR. Das würde ich gerne ergänzen, nämlich sozusagen der nächste Schritt dann, dass nämlich diejenigen, die entweder für das Außenministerium oder für die Stasi in diesen etwa UNO-Menschenrechtskommission waren, die kamen zurück und mussten in der Staatssicherheit berichten und das sind wirklich tolle Texte, die da von sich gegeben haben, dass die DDR-Position vollkommen unhaltbar ist und dass dank der Weißenführung, Namen wurden nie genannt, aber dank der Weißenführung der Partei, die DDR-Vertreter ständig in der Defensive sind und gleichzeitig, einer sagte das mal, das Volk verlieren, weil sie bei Menschenrechten immer nur defensiv argumentieren und nie eine positive Position haben, die irgendjemand ansprechen würde, außer diejenigen, die sowieso schon dran glauben. Ja, wir wollen gar keinen Monolog unter uns führen, sondern auch Sie sollen die Gelegenheit haben, fragenlos zu werden. Das kündige ich mal an, dann können Sie tief durchatmen und sich eine solche überlegen und vorher würde ich, weil ich jetzt sowieso einen Bruch organisiert habe, Ihnen beiden eine Frage stellen, die vielleicht erforderlich macht, dass wir mal einen Schritt zurücktreten und Sie sich zurückversetzen, nicht in die Jahre des KSCE-Prozesses, sondern in die Zeit, als Sie begonnen haben, das Buch zu schreiben und was ist jetzt daraus geworden? Was ist das, was Sie während Ihrer ja dann auch sehr kleinteiligen und unheimlich ausführlichen Recherche am Ende am meisten überrascht hat, Herr Selvitsch? Wo würden Sie sagen, das habe ich so nicht erwartet oder da muss ich auch die Forschungsfrage vielleicht nochmal anders stellen oder da hat mich eine Trouwei nochmal so im Archiv nochmal auf einen ganz anderen Gedanken gebracht, das ist ja schließlich in diesem Prozess, wo man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, auch immer das Schöne, dass man doch noch was Neues für sich selber auch entdeckt. Gut, es war für mich überraschend, dass dann diese Friedensoffensive der Sowjetunion, dass sie immer dann irgendwie den Westen Richtung Abrusten bewegen wollten und sie haben dann praktisch versucht, den KSE-Prozess davor auszunutzen. Deswegen haben sie zum Beispiel Honecker gesagt, es geht nicht, dass sie dann versuchen, dann auf diesen Nachfolgekonferenzen immer wieder die Nicht-Einerkennung der DDR durch die Bundesrepublik oder ihre Staatsbürgerschaft oder sagen über die Grenze, wir wollen eigentlich nicht darüber reden, was wir bekommen wollen, ist, wir wollen dann praktisch die anderen dazu bewegen in Richtung Abrüstung, in Richtung praktisch und später natürlich dann, es war nicht mehr so sehr Abrüstung, aber den NATO-Doppelbeschluss zu vereiteln, alle diese Sachen, sie waren nicht irgendwie getrennt, sie gehen zusammen und dann, wenn man das so sieht, dann was passiert ist, 1983, eigentlich nach der Stationierung der Mittelstrecken-Raketen, es war immer diesen Kampf im KSE-Prozess, wo die Sowjetunion hat immer gesagt, Frieden, Frieden ist Nummer eins und die Amerikaner haben gesagt, Menschenrechte, aber nach 1983, dann nach der Stationierung, ironischerweise, dann das ist nicht mehr nur das Thema der Sowjetunion, man sieht, wie die unabhängige Friedensbewegung zusammenkommt mit Harte 77 und dann eigentlich dann, es ist nicht mehr diese Themensetzung, wo die Sowjetunion versuchen kann, zu sagen, wir haben ein Monopol, wenn es um Frieden geht oder dass man Frieden und Menschenrechte teilen kann, das ist sehr wichtig, finde ich. Herr Süß. Was mich überrascht hat. Ah, war das Mikro, bitte. Also erstmal hat mich überrascht die Kaltschneuzigkeit, mit der sich die Sowjetunion über berechtigte Sicherheitsinteressen der DDR hinweggesetzt hat. Das hätte ich so eigentlich, also in dieser Brutalität, hätte ich es nicht erwartet. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was mich auch überrascht hat, war, was ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich, wie wichtig Informationen von NGOs auf der obersten diplomatischen Ebene waren. Also das zeigt wirklich, dass man, und das ist vielleicht auch für die Zukunft eigentlich ein ganz unwesentlicher Aspekt, dass man wirklich was machen kann, als ganz normaler Mensch, wenn man sich politisch engagiert. Ja, vielleicht kann man da noch ergänzen, ich weiß nicht, ob das Buch das hergibt, danach habe ich auch nicht gesucht, in dem Buch die amerikanischen Informationsmedien und radiofreies Europa und waren ja gewissermaßen besetzt oder hatten ganz viele Dissidenten in ihren Reihen. Und waren nicht ganz so ohne Einfluss mit dieser riesen Reichweite, die sie eben hatten. Also nicht für die DDR. Nicht für die DDR, da gab es Rias und alle Westsender, aber für die aus Sicht des KGB war Radio Free Europe und Radio Liberty waren eigentlich die Hauptfeinde sogar. Also als die sowjetische Führung, und das war relativ spät, dass sie das gemacht haben, 1988, die Störsender gegen Radio Liberty und Radio Free Europe eingestellt hat, das war ein wirklicher Sprung vorwärts. Und da haben sie sich auch sehr, sehr lange dagegen gesträubt. Also viel länger als bei anderen Punkten. Sie haben das, mich bitte schön. Ja, zunächst die Frage an Sie gleich. Rias, da habe ich noch gehört, wer Rias hört, den Frieden stört. Das haben Sie gerade erwähnt. Und Sie waren sehr überrascht, dass die Russen sozusagen den Osten also haben hängen lassen, die DDR. bevor die etwas zu fiesand zu den Freunden wurden, waren sie der große Bruder. Und wie ein großer Bruder mit dem kleinen Bruder umgeht, wenn sie Geschwister haben, dann wissen sie das. Ja, gut, meine Frage aber nun, das war nur der direkte Einwurf. Meine Frage, das Buch heißt ja Die Staatssicherheit und der KSZE-Prozess. Nicht Erich Honecker oder das Politbüro oder was da, das Ministerium des Innern wäre ja dann ganz interessant. Die haben sich nämlich um die Ausreise dann maßgeblich mitgekümmert und da war nicht ein General Mielke, sondern ein General Friedrich Dickel damals zuständig. Meine Frage, die Staatssicherheit hatte ja nun ganz viele Abteilungen und Unterabteilungen. Mich würde interessieren, beschäftigen Sie sich in Ihrem Buch auch damit, ob die KSZE direkt Einfluss hatte auf eine Abteilung, die sich nämlich mit dem Vollzug der Untersuchungshaft beschäftigte. Also in so netten Einrichtungen hier in Berlin hatten wir drei, Hohenschönhausen, dann Pankow-Kissingstraße, Akona-Straße und Magdalenenstraße. Gab es da zu diesem Zeitpunkt eine Veränderung? Kann man sagen, ja. Also die, es gab ja eine Phase in der Spätphase der DDR, als klar war, dass es zur Reformpolitik kommen wird. Ganz offen unter Grenz, aber auch vorher schon, intern, da sind die Diensteinheiten des MFS aufgefordert worden, Konsequenzen aus dem KSZE-Prozess zu ziehen. Also vor allem aus dem Wiener Abschlussdokument. Das war im Januar 1989. Und da kamen von verschiedenen Diensteinheiten Vorschläge und ich würde sagen, die weitestgehenden kamen aus der Hauptabteilung neuen Untersuchungen. Das ist auch leicht zu erklären. Also erstens, die Maxime war ja nun von Milke ausgegeben, wir dürfen auf keinen Fall negativ auffallen. Weder im Westen noch von Honecker vorgehalten bekommen, dass wir ihm die Arbeit schwer machen. Und die Mitarbeiter der HA9, die arbeiteten ja nun an der Schnittstelle zwischen der konspirativen Repression des MFS und der strafrechtlichen Repression über die Justiz. Und insofern waren sie da besonders gefordert, Fingerspitzengefühl zu entwickeln. Und die haben auch relativ früh, Anfang 89 ist eigentlich nicht früh, aber die haben jedenfalls auch schon gefordert, das politische Strafrecht zu entschärfen. Also die Paragrafen, mit denen die vor allem sogenannte hartnäckige Übersiedlungswillige verfolgt wurden, wenn sie nicht kleinbein gegeben haben, die Paragrafen sollten entschärft werden, also öffentliche Herabwürdigung oder Behinderung von Staatsorganen, wenn jemand zum zweiten Mal zum Volkspolizei im Kreisamt gelaufen ist und fragt hat, was jetzt mit seinem Antrag ist. Oder dass die Ablehnung nicht einleuchtend ist und so weiter und so fort. Also da war schon was in Bewegung geraten. Und das war auch in der juristischen Hochschule des MFS ist das auch ziemlich stark und ziemlich früh erfolgt. Und von der HVA gab es entsprechende Vorschläge, wobei die natürlich da etwas aus dem Schneider waren, weil das nicht unmittelbar ihr Wirt war. Nutze ich schon nicht das Mikro mehr, die Hauptverwaltung Aufklärung, die für die das Ausland zuständig war. Möchten Sie das ergänzen? Sonst haben wir ja eine ganze Reihe von Wortmeldungen. Ich schlage mal vor. Nein, nein. Gut. Okay. Jo, bitte sehr. Herr Selwitsch, Sie haben im Grunde genommen das Einsetzen der Repression aufgrund des KSZE-Prozesses in der DDR auf 77 so stark fokussiert, Nürnberg und Jena. Ich frage mich, ob man nicht auch schon 76 dieses Vorgehen gegen alles, was mit Biermann-Havemann zu tun hat, in gewisser Hinsicht damit in Verbindung bringen muss. Also mich hat immer erstaunt, dass teilweise Übermaß der Verfolgung, guckt man jener Jugendgruppen an, die aus heutiger Sicht eigentlich eher harmlos waren, wie die also so dramatisch verfolgt worden sind, das hat ja vielleicht auch schon was mit der Antizipation einer gefährlichen Situation zu tun, wie sie da aus dem KSZE-Prozess abgeleitet worden ist. Zu dem zweiten Aspekt von eben vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung. Ich glaube nicht erst 88 rund um Wien kann man durchgängig eigentlich in den 70er, dann vor allem in den 80er Jahren feststellen, dass die Hauptabteilung 9 intern sehr stark immer darauf geachtet hat, wir sollen nicht gegen KSZE verstoßen, gegen internationale Regelungen verstoßen. Also ungefähr 20 Prozent der Ermittlungsverfahren sind überprüft worden und unter anderem deswegen, damit es da keine nachweisbaren Verstöße gibt, weil man eben Angst hatte, dass ja auch zwischen den Konferenzen es Arbeitsgruppen gab, die das also genau dokumentiert haben und durch den Freikauf gelangte ja das Wissen von potenziellen Verstößen, also auch in den Westen. Insofern denke ich, gab es natürlich auch einen indirekten Effekt für die Opposition oder die Dessidenz, weil damit ist die Repression ein bisschen domestiziert und in gewisser Hinsicht auch berechenbarer geworden. Also es war nicht mehr ganz so dramatisch die Konsequenzen, man konnte sie ein bisschen vorher berechnen, die Konsequenzen, mit denen man zu rechnen hatte und nur eine Ergänzung oder Korrektur, die Hauptabteilung 9 hat sich natürlich über Wien fast zerlegt, weil da gab es die Alten und die Moderneren, dass sie nachher das Strafrecht entrümpelt haben, lag aber schlicht nicht an der großen Einsicht und Reformfähigkeit, sondern weil die Bundesrepublik sich geweigert hat, für diese Delikte, die durch KSZE eigentlich ausgeschlossen waren, im Rahmen des Freikaufes noch Geld zu bezahlen und dann dachte man, dann streichen wir das lieber, wenn das nichts mehr bringt. Punkt. Ja, aber wenn ich da noch einen Satz dazu sagen darf, Christian, man hat aber gleichzeitig dann gesagt und zwar aus der HA 9, gut, wenn die Bundesrepublik nicht mehr zahlt, dann lassen wir halt niemanden mehr aus dem Gnast raus und die Leute sitzen so lange, wie sie verurteilt worden sind, was auch keine attraktive Alternative gewesen wäre. Herr Snewitsch. Ja, ich würde sagen, eigentlich die Birman-Ausbürgerung war wichtiger für die DDR-Opposition, als die KSZ schlussakte. Und es war nur natürlich nach der Birman-Ausbürgerung, dann, es gab dann einzelne Oppositionelle, wie ich gesagt habe, jener Naumburg, wegen der Ausbürgerung von Birman, wegen der Verhaftungswelle von Menschen, die dann solidarisiert haben, öffentlich mit Birman, wenn sie verhaftet worden sind, dann gab es dann diese kleine Bewegung, dann praktisch auf die KSZ-Schlussakte zu berufen, ähnlich zu machen, wie ich hatte 77, aber das war eher, wie ich gesagt habe, das wurde von MFS unterdrückt und es war nicht so eine starke Bewegung. Und Birman ist eigentlich ein perfektes Beispiel, weil Birman und Havemann, sie haben auch darüber geschrieben, was so wichtig war an der KSZ-Schlussakte. Sie haben gesagt, dass es steht da, dass es dann praktisch keine weitere Einmischung, es so keine praktisch Einmischung in Angelegenheiten geben, wie Tschechoslowakei 1968, das heißt, es gibt Raum für Euro-Kommunismus, es gibt Raum für dieser Reform-Kommunismus und für sie war die Berliner Konferenz der Arbeiterpartei 1976 viel wichtiger und so haben sie die KSZ-Schlussakte gelesen, das heißt, es gibt nun Platz für Reform-Kommunismus, also Sozialismus mit menschlichem Antritt und das war weniger mit KSZ zu tun als mit Euro-Kommunismus und wie Wolfgang Templin schon gesagt hat, das war eigentlich wichtiger damals, auch in Folge der Biermann-Ausbürgerung, denke ich, auch für Biermann im Westen, auch für Havemann und auch für die ostdeutsche Opposition in diesem, in Mitte der 70er-Jahre. Herr Cemplin. Ja, vielleicht nur zwei ergänzende Stichworte dazu, wenn ich nehme, Biermann-Ausbürgerung, was war denn die Voraussetzung der Biermann-Ausbürgerung? Biermann drohte die Schwelle vom Status der Dissidenz, kleine Kreise, in denen er seine Lieder aufführte, zwar längst nicht mehr gehätschelt, wie vielleicht noch zehn Jahre vorher in den Kreisen der Obersten, von denen verstoßen, aber er durfte so im Winkel existieren und erst als dann Leute aus den Kirchenkreisen kamen, Prenzlau und Biermann ganz verwundert guckte, was wollen denn die Kirchen, Heinis von mir, ich in der Kirche und dann auf einmal kommt er in die Prenzlauer Kirche und merkt, dort ist Öffentlichkeit. Das sind Leute, die ungeachtet aller Unterschiede zu seinen postkommunistischen Träumereien das, was an Spirit, das, was an Widerstand in seinen Liedern drin steckt, aufnehmen. Und die drohende Gefahr und das Nächste, was wieder zeitgleich damit zusammenhängt, Barrow. Barrow hatte ja nun auch seine ganz anderen eigenen Intentionen, die dann zeitgleich damit zusammenkamen und der Dritte, der mir einfiel, der wird viel zu oft vergessen in der Zeit vorher. Ein Beispiel für mich für konsequenten und für viele überfordernden Widerstand, Oskar Brüsewitz, wo viele aus der Kirche sagten, wieso ist denn Amtsbruder Brüsewitz bei allen Verständigungen, die wir unternehmen, Erleichterungsbemühungen, so fundamental und bis zum Opfer des eigenen Lebens. Auch das muss man in der Spanne dessen, was zur Rede stand und Leute befeuert hat, mit reinnehmen. Danke. Also Pfarrer Brüsewitz, der sich in einer Selbstverbrennung versucht hat. Als letzter verzweifelter Akt, weil er sagt, ich muss ein Zeichen setzen, wie Jan Pallach im Grunde genommen. Ja, richtig. Er knüpfte hier an Spätaktivitäten Prager Frühling Jan Pallach an, richtig, und von der Kirche alleingelassen. Wäre ein anderes Thema, ist auch spannend, aber führt uns vom KSZE-Prozess jetzt in unlauterer Weise weg. Bitte sehr. Ja, ich möchte gern nochmal da trotzdem darauf verweisen, dass Biermann, der ja zu dem Konzert in Köln noch gesungen hat, so oder so, die Erde wird rot. Und ich glaube, er hat die Illusionen, was diesen KSZE-Prozess betrifft, für die Zukunft auch der DDR, denn er sah sich ja durchaus nicht als Oppositioneller. Und die Illusionen wahrscheinlich, die verflogen erst, als er dann im Westen war und hat sich dann von denen ursprünglich weit gelöst. Auf Prüsewitz möchte ich auch nochmal verweisen. dieses Jahr, 1976, Prüsewitz, glaube ich, September, Oktober, dass er sich da verbrannt hat vor der Kirchenzeit. etwas früher, oder? 76. 76, aber welcher Monat? Ja, Monat ist auch egal. Aber die Ausbürgerung Biermanns und die Folgen, die Unterschriften, also der Protest der zehn prominenten Schriftsteller und die Unterschriften Tausende in den nächsten Wochen, ich betrachte es, es brachte etwas in Bewegung, was die DDR in den Abgrund geführt, der Anfang vom Ende irgendwo, weil solche Namen, Manfred Krug und Angelika Dormeröse, Hilmar Tate, die spielen vielleicht in der Politik keine so große Rolle, aber für den Normalbürger waren das Hochkaräter. Ich wollte jetzt eigentlich, haben Sie mir kurz vorweggenommen, Herr Temmlin, mit die Alternative von Barrow lag ja eine fundamentale Analyse vor und wie, welche Rolle spielte das bei denjenigen, die also kritisch auch mit der Politik und auch mit dem KAS-T Prozess umgegangen sind, welche Rolle spielte das und zweite Sache noch, es gehört kurz dazu, ich bin gleich angeboten lassen und ich bin sehr froh, wenn es einen Bogen zum KSZE-Prozess gibt in Ihrer Frage. Ja, und zwar die Leute, die kritisch der Politik der DDR gegenüber standen, innerhalb jetzt, also der DDR, die mussten ja mit einem weinenden und einem lachenden Auge dann den Prozess sehen der Antragsteller, weil die Guten sollten ja nicht weggehen, die sollten eigentlich hier bleiben und gemeinsam arbeiten daran, dass die DDR reformiert und auch demokratisiert wird. Ja, ich komme zum KSZE-Prozess, mir hat meine polnische Erfahrung von 1976-77, ein akademisches Jahr verblüffend, diese Zeitgleichheit, ich bin in Polen, das Chor entsteht, Biermann, Barow, so mir hat die verholfen, die polnische Erfahrung, mich von Barow weg, auf die Ebene KSZE-Tag, KSZE-Prozess hinzubewegen, warum? Eine treffende und eine wirklich gründliche Analyse, da konnte man Barow folgen und im zweiten Teil der Alternative eine kommunistisch verstiegene Erziehungsdiktatur, die angeboten wird, die mir mit meinen Realerfahrungen schon sagte, Vorsicht und dann das Chor und die damaligen Oppositionsbewegungen waren plural, die sagten, wir können kein gemeinsames Wunschanbauprogramm machen, wir haben Linke, Konservative, wir haben eine Brücke und das war dann das Beharren auf fundamentalen Freiheits-, sozialen und Menschenrechten, das war die Brücke und da konnte ich dem KSZE-Prozess auf einmal das abgewinnen, was für viele andere Oppositionelle galt, andere, da will ich überhaupt keine Gleichsetzung vornehmen, andere hingen sehr lange an Barow, für die war genau das, woran sie hingen, konsequente Kritik und dennoch aber in einer festen Gewissheit bleiben, also können sie bis heute finden, wenn sie fundamentale Gegenbewegungen nehmen, ich lehne die Welt so wie sie ist ab, gebe auch gute Gründe dafür, sie ist, wissen wir alle, wie unfertig und ich baue das fertige an die Wand und dann handle ich danach und haue alles, was dem entgegensteht, gut, Barow war da milder, er wollte es mit Erziehungsdiktaturmaßnahmen machen, der Bund der Kommunisten, die beste Vorhut, die man sich hier denken kann. Vielen Dank, Sie haben das Mikrofon und gewissermaßen auch die Chance zu einer letzten Frage. Ja, gut, ich wollte mal fragen, wie denn die Schlussakte und der spätere KSZE-Prozess in der DDR verbreitet wurden und ob es da auch eine Diskussion in der Öffentlichkeit gab, außerhalb der Fachkreise. Ja, gut, es gab zum Beispiel ein DDR-Komitee für europäische Sicherheit, es gab eine Organisation, die dann praktisch die Auslegung der Schlussakte nach der DDR gemacht hat, hat Öffentlichkeitsarbeit gemacht, die DDR-Presse hat natürlich berichtet über diese Treffen, einige mehr als andere, die Schlussdokumente veröffentlicht, was die DDR hat beklagt, zum Beispiel in den USA, sie veröffentlichen das nicht, weil die meisten Zeitungen haben gesagt, das ist langweilig, wir können kein großer Schlag sein, das ist ein Nachteil der kapitalistischen Presse, auch heute, aber es war dann diese offizielle Auslegung, es gab mehrere solche Sachen, wo dann die DDR-Komitee für Menschenrechte gab es dann ja auch. Und es gab auch zum Beispiel Teile der Kirchenleitung, zum Beispiel Manfred Stope, wenn ich mich richtig erinnere, war auch aktiv manchmal bei, sie haben immer getroffen, die DDR-Delegation nach KSE Treffen, sehr oft haben sie mit der Kirchenleitung, der evangelischen Kirchen getroffen und auch manchmal, sie haben dann praktisch für die Kirche im Sozialismus, für ihre sozialistische Menschenrechtskonzeption zum Teil wurde das dann offiziell unterstützt von der Kirchenleitung oder insbesondere Manfred Stope ist mehrmals dann öffentlich vorgetreten oder es gab auch Christel Leweck, der sehr aktiv war auch in diesen Fondsorganisationen oder wie diese Auslegung der KSE so sagte nach Moskau weil es geht um diese Friedensoffensive nun müssen wir endlich an die Abrüstung ankommen insbesondere in Westeuropa wo es dann dieses Problem gibt Herr Tepi Ja, ich erinnere an das DDR-Komitee für Menschenrechte und ich habe da eine unvergessliche Situation vor Augen das muss Ende 86 gewesen sein ja genau kurz nachdem wir dann rausflogen verhaftet wurden Ende Tag der Menschenrechte und wir wollten zum DDR-Komitee für Menschenrechte ich musste all meine Findigkeit aufbieten um überhaupt aus dem Haus zu kommen ich hatte damals noch die Chance entweder über den Hinterhof oder aber ich diesmal wusste ich auch der Hinterhof ist gesperrt ich übernachtete also bei einer Freundin und dann haben wir uns versucht mit Petitionen die wir hatten ans DDR-Komitee für Menschenrechte mit Sitz in Mitte heranzuarbeiten ich kam bis zur vorletzten Straßenecke dann landeten wir in Rummelsburg hinter Gittern und haben diesen Tag auf unsere Weise verbracht also insofern stand sich das die ganze Zeit gegenüber und dennoch hatten wir einen unserer besten Auftritte zum Tag der Menschenrechte ist ja glaube ich auch als Dokument mit Auftritt der Initiative Frieden Menschenrechte in der Getsemanekirche wo selbst Kritiker von uns sagten okay ihr seid langsam auf dem Punkt nur diese Freude konnten wir nicht lange ungeteilt in der DDR erleben da änderte sich dann im Januar schlagartig wieder die Situation ja vielen Dank Herr Söss Sie wollten ich wollte es nur ganz kurz ergänzen zu Ihrer Frage es ist das Selvich hat es zwar beantwortet aber ich glaube es ist nicht ganz klar rübergekommen dass die KSZE-Dokumente in der DDR veröffentlicht worden sind nicht nur im neuen Deutschland sondern auch ich weiß gar nicht mehr wie das hieß der neue Weg von der CDU Ost und so weiter und so fort Zeit neue Zeit neue Zeit ja richtig und das war natürlich schon wichtig denn in dem Moment wo es im Parteiorgan veröffentlicht worden ist konnte es also nicht einfach nur kontrarevolutionäre Propaganda sein sondern es und noch dazu hatte die DDR es ja unterzeichnet das ging aus der Veröffentlichung auch hervor das heißt als Stärkung für diejenigen die eine reformerische Veränderung der DDR wollten war es auf jeden Fall wichtig da war mir die feste überzeugt da kann ich jetzt schließen mit einer was für sich für Moderatoren gar nicht gehört in einer persönlichen Bemerkung dass wir eine Westreise nein eine Reise aus dem Westen in den Osten machten mit einer Zeitungsschlagzeile KSZE unterschrieben oder irgendwas und die Westzeitungen ja üblicherweise am Grenzübergang abgegeben werden mussten wurde quittiert man kriegte sie bei der Ausreise wieder nichts ist so alt wie eine alte Zeitung aber so musste es sein und als dann mein Vater sagte ja aber hier steht ja nun dass auch die DDR die Schlussakte unterzeichnet hat wieso nehmen sie mir diese Zeitung weg das wäre nichts böses war der Offizier der Grenztruppen der DDR glaube ich ein bisschen brüskiert ich weiß es nicht das erinnere ich jetzt nicht mehr ich danke Ihnen sehr für Ihre Fragen und ich danke herrn templin sehr herzlich für seine rückerinnerung und kombiniert mit seiner seiner analyse dessen was Herr Selvitsch und Herr Süß in diesem Buch veröffentlicht haben inwieweit trug der KSZE-Prozess zur Erosion der Macht der SED-Spitze bei das ist sicherlich immer noch die zentrale Frage das Buch sei Ihnen anempfohlen es beantwortet diese Frage vielen Dank für Ihre Geduld und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ich wünsche Ihnen